Jäger Natuliebhaber, guten Morgen, grüß euch! Der Fächsler ist wieder einmal unterwegs mit euch. Ich hoffe, ihr versteht mich. Da hinten raufst du ein wenig der Fach runter. Heute bin ich hier in Stanz, in Tirol. Heute mögen wir wieder eine schöne Klammer anschauen. Nämlich die Wolfsklamm. Ich hoffe, ihr seid da wieder mit dabei. Und sie hat gesagt, ich rede nicht lange rum, wie immer. Auf geht's und los geht's! Juhu! 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im out WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im out 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 WDR mediagroup GmbH im out